Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dukai und in diesem Video bringe ich dir die ach so komplizierte Welt der Tonarten bzw. Skalen näher, die einfacher nicht sein könnte. Mit diesem Wissen wirst du in Zukunft viele zusätzliche Tools einfach nicht mehr brauchen. Du glaubst mir nicht? Dann schau selbst. Legen wir mal los. Im letzten Tutorial zu den Basics von Tasten und Tönen habe ich ja schon einiges über die weißen und schwarzen Tasten, deren Namen und Tonhöhe erzählt. Des Weiteren auch die chromatische und die pentatonische Tonleiter gezeigt. In diesem Video will ich auf die diatonischen Tonleitern, also Dur-, Moll- und Kirchentonleitern eingehen. Das ist eine kleinere siebenstufige Untermenge der chromatischen Tonleiter mit den zwölf Stufen. Die diatonischen Tonleiter sind die, die wir heutzutage am meisten benutzen. Und danach wirst du alle Skalen der Kirchentonleiter Moll und Dur für immer kennen und ganz einfach herleiten können. Ich werde ausschließlich die internationale Tonbezeichnung wie B statt H und Sharp und Flat statt S und S nehmen. Dazu habe ich im ersten Teil viel erklärt, auch woher das H im Deutschen kommt. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Fun Facts für die Interessierten unter euch. Was ist eine diatonische Tonleiter oder Skala? Diatone kommt mal wieder aus dem Griechischen und heißt durch Ganztöne gehend. Die diatonische Tonleiter ist aus Ganz- und Halbtönen zusammengesetzt und besteht in der Regel aus sieben Tönen bzw. Stufen. Ganztöne sind einfach nur zwei Halbtöne zusammengefasst. Stufen sagt man, weil das eine kleinere Auswahl von Tasten oder Tönen aus einer größeren physisch vorhandenen Menge ist. Also von den zwölf chromatischen Tönen bzw. Stufen, das deckt sich in diesem Fall 1 zu 1, wählt die diatonische Tonleiter sieben aus den insgesamt zwölf Tönen für sich aus. Wie so eine Schablone. Das ist enorm wichtig bei der Abzählerei. Die bekanntesten diatonischen Tonleitern sind die Kirchentonleiter oder moderner Kirchenmodi und Moll und Dur. Wie vorhin schon gesagt ist die siebenstufige diatonische Tonleiter oder Skala eine Untermenge der zwölf Halbton chromatischen Skala. Höher oder niedriger wiederholt sich das gleiche Muster immer wieder. Das heißt mit der achten Stufe wiederholt sich die diatonische Tonleiter und diese Stufe wird dann Oktave genannt. Das Wort Oktave kommt aus dem Lateinischen und heißt einfach nur die achte. Interessant am Rande ist, dass ein Oktavensprung immer im Herzfrequenzverhältnis 2 zu 1 stattfindet. Also springt man von einem A3 mit der Frequenz von 220 Hertz eine Oktave höher, so kommt man zum A4, dem bekannten Kammerton mit der Frequenz von 440 Hertz. Entsprechend dann nur die Hälfte, wenn man eine Oktave runter auf das A2 springt, mit 110 Hertz. So und jetzt historisch und logisch korrekt beginne ich mit den Kirchentonleitern oder eben modern den Kirchenmodi. Die Kirchentonleiter sind alt und waren bis ca. dem 16. Jahrhundert der Standard. Daher fange ich auch mit dem A an, das damals die Stammtonreihe war und gehe dann die Tasten bzw. die Töne aufwärts. Also A, B, C, D, E, F, G. Das Schöne hierbei ist, dass der Kirchenmodus mit dem Ton bzw. dem Buchstaben, den ich nenne, immer nur die sieben weißen Tasten in der Skala hat. Aeolisch fängt mit einem A an, dann nur die weißen Tasten, also A, B, C, D, E, F, G. Aeolisch kann man sich gut merken und Aeolisch ist identisch mit dem natürlichen A-Moll. Logisch fängt mit dem B an und hat dann auch nur die weißen Tasten, B, C, D, E, F, G, A. Das Logisch ist ein wenig verrückt oder auch loko wegen des deutschen Hs und weil es die Kirchentonleiter früher gar nicht gab. Sie wurde in der neueren Zeit als Vervollständigungsmodus hinzugefügt, also B ist etwas loko-logisch. Ionisch fängt mit dem C an, dann nur weiße Tasten, C, D, E, F, G, A, B. Ironischerweise ist das Ionisch C identisch mit dem C-Dur. Dorisch fängt mit dem D an, D, E, F, G, A, B, C. Dorisch mit D. Phrygisch fängt mit dem E an, E, F, G, A, B, C, D. Hier merke ich mir, ähm, kein E in Phrygisch. Lydisch fängt mit dem F an, F, G, A, B, C, D, E. Ich merke mir das, mit Frieda und Lydia machen Musik. Mixolydisch fängt mit einem G an, G, A, B, C, D, E, F. Mit etwas kaputt im Englisch geht, DJ, G, Mixolydisch. Und damit sind wir schon durch. Nochmal im Kurzdurchlauf. A, Eolisch, natürliches, Moll, Minor. B, Lokisch, loko. C, Ionisch, ironisch C-Dur oder Major. D, Dorisch. E, Phrygisch, ähm, Phrygisch. F, Lydisch, Frieda und Lydia. G, Mixolydisch, DJ, G, DJ, G, Mixolydisch. Du denkst jetzt bestimmt, ja cool, ich weiß jetzt welche Stammtonreihen mit nur weißen Tasten wie heißen, aber was mache ich, wenn ich bei Dorisch nicht mit dem Grundton D, sondern mit dem Grundton E anfangen will. Gut, dass du fragst. Nichts einfacher als das. Du weißt ja, dass Dorisch beim D nur weiße Tasten hat und daher zählst du jetzt alle Abstände bzw. Halbtöne zwischen den Stufen bzw. den Tönen der Tonleiter und du überträgst das auf das E. Lass uns das zusammen machen. Zuerst das Dorisch mit den nur weißen Tasten. Vom D ausgehend sind das die Stufen bzw. die Töne der Tonleiter D, E, F, G, A, B, C. Die Halbtonschritte sind dann 2, 1, 2, 2, 2, 1. Ein sehr hilfreicher Tipp beim Abzählen der Schritte ist, dass bei der Stammtonreihe, also den nur weißen Tasten, an der Stelle mit einer schwarzen Taste in der Mitte, immer 2 Halbtonschritte sind. Ist ja logisch. Also hast du es massiv einfacher, wenn du schwerpunktmäßig die schwarzen Tasten betrachtest. Und wenn du abgezählt hast, dann wiederhole wie so ein Papagei laut vor dich hin und dann wiederholst du dich hin. Und dann bekommst du E, F-Sharp, G, A, B, C-Sharp, D. Oder nehmen wir A Phrygisch. Bei Phrygisch ist, ähm, E die nur weißen Tasten-Stammtonreihe. E, F, G, A, B, C, D. Also zählen wir die zuerst ab. 1, 2, 2, 2, 1, 2. Dann wenden wir das auf das A an. A, A-Sharp, C, D, E, F, G. Und das geht natürlich auch mit sowas wie D-Sharp-Logisch. Logisch ist das Loco B, weiße Tasten. Und abgezählt ergibt das 1, 2, 2, 1, 2, 2. Klingt irgendwie wie ein Walzer. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Und jetzt auf D-Sharp-Logisch transponiert. D-Sharp, E, F-Sharp, G-Sharp, A, B, C-Sharp. Das geht doch immer einfacher von der Hand, oder? Die Kirchentonleitern wurden dann im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts vom sogenannten Dur-Moll-System oder der Dur-Moll-Tonalität abgelöst. Das Wort Moll kommt vom Lateinischen Molles und bedeutet weich und heißt im Englischen meine. Das Wort Dur kommt vom Lateinischen Durus und bedeutet hart und heißt im Englischen Major. Und eigentlich habe ich schon alles vorweggenommen. Die natürliche Moll-Stammtonreihe ist das A-Moll. Das ist ja auch identisch mit dem Äolisch und hat nur weiße Tasten. Und ist auch der Anfang des Alphabets. A, B, C, D, E, F, G. Wenn du die Halbturnschritte zählst, bekommst du 2, 1, 2, 2, 1, 2. Dazu gibt es in der Literatur und im Netz jede Menge Merksätze mit Fischen und Eseln und was weiß ich. Ehrlich gesagt finde ich das mega umständlich. Lieber schnell die Abstände zählen, sich dann den Rhythmus der Zahlen beim Aufsagen merken und dann auf die gewünschte Note transponieren. Das geht meiner Erfahrung nach wesentlich schneller als dann auf der neuen Note von irgendwelchen Tieren, Ernas oder von trockenem Brot zurückübersetzen. Also wenn ich ein F-Sharp-Moll haben will, dann nehme ich meine 2, 1, 2, 2, 1, 2 und fange bei F-Sharp an. F-Sharp, G-Sharp, A, B, C-Sharp, D, E. Oder ein E-Moll. E, F-Sharp, G, A, B, C, D. Wie ich schon habe durchklingen lassen, gibt es ja noch mehr Molltonarten. Bisher habe ich nur vom natürlichen Moll gesprochen, das die meisten kennen. Es gibt aber vier sehr bekannte Molltonarten. Das natürliche Moll, Natural Minor, das harmonische Moll, Harmonic Minor, das melodische Moll, Melodic Minor und das ungarische bzw. das historische Zigeunermoll, Hungarian Minor. Diese unterscheiden sich ein wenig von den Halbtonschritten vom natürlichen Moll, das wir jetzt mittlerweile sehr gut kennen. Wie das aussieht in aller Kürze ausgehend vom natürlichen Moll? Beim harmonischen Moll wird die siebte Stufe des natürlichen Molls um einen Halbton erhöht. Beim melodischen Moll wird zur erhöhten siebten Stufe des harmonischen Molls die sechste Stufe ebenfalls erhöht. Und beim ungarischen Moll wird zur erhöhten siebten Stufe des harmonischen Molls die vierte Stufe um einen Halbton erhöht. Der sogenannte Hiatus, der sich für die europäische Musik sehr exotisch anhört. Bei Dur oder Major ist es dasselbe System. Das C-Dur ist ja ironischerweise identisch mit dem Kirchenmodus C-ionisch, also nur weiße Tasten. Vom C zählen wir jetzt auch wieder die Halbtonabstände der weißen Tasten. 2, 2, 1, 2, 2, 2. Geht schon schneller. 2, 2, 1, 2, 2, 2. Jetzt aber ein B-Dur Major. B, C-Sharp, D-Sharp, E, F-Sharp, G-Sharp, A-Sharp. Oder was total wild ist, ein G-Flat-Dur oder Major. G-Flat, A-Flat, B-Flat, B, D-Flat, E-Flat, F. Diese Technik mit dem Abzählen musst du dann immer seltener machen, weil du zum einen sicherlich ein paar Lieblingsskalen haben wirst, die du dann schon kennst und zum anderen lernst du das automatisch auswendig, je öfter du das machst. Und dann gibt es noch eine Verbindung zwischen Moll, Minor und Dur, Major. Und zwar ist das die Tatsache, dass A-Moll und C-Dur beide nur weiße Tasten in der Skala haben. Es sind dann nur der Start, also die Grundtöne und die Halbtonabstände, die den Unterschied für die Stimmung, ob Moll, Minor oder Dur, Major ausmachen. Diese Verbindung wird Paralleltonart genannt. Von Moll aus gesehen wird C-Dur die Dur-Parallele genannt. Und von C-Dur aus gesehen wird A-Moll die Moll-Parallele genannt. Jedes Moll und jedes Dur hat so eine Parallele. Und dahin kommt man auch sehr, sehr einfach. Wieder ausgehend von A zählst du einfach die Halbtonschritte zu C hoch. Das sind exakt drei Halbtonschritte. Oder wie es in der Musik heißt, eine kleine Terz. Terz ist lateinisch und heißt einfach nur die dritte. Und genauso geht das auch von C-Dur aus. Dreihalbtonschritte oder eine kleine Terz runter und du landest beim A-Moll. Vom Moll dreihalbtonschritte hoch und du landest bei der Dur-Parallelen. Von Dur dreihalbtonschritte runter und du landest bei der Moll-Parallelen. Und wie gesagt, die jeweilige parallele Tonleiter oder Skala hat exakt dieselben Tasten, fängt nur mit einem anderen Grundton an. Nochmal zusammengefasst. Kirchenmodi oder Kirchentonleitern, Dur und Moll sind diatonische Tonleitern. Diatonische Tonleiter bestehen aus sieben Stufen oder Tönen, also einer kleineren Auswahl der zwölfstufigen chromatischen Tonleiter. Die Abstände zwischen den Stufen können Halb- oder Töne sein. Nach den sieben Stufen beginnt die nächste Oktave mit erneut sieben Stufen. Oktave heißt acht. Bei den Kirchenmodi bzw. Tonleitern sind die Stammtonreihen mit den nur weißen Tasten a. eolisch, b. lokologisch, c. ironisch, d. d. dorisch, e. phrygisch, f. frieder und lydia, lydisch, g. d. d. g. mixolydisch. Beim natürlichen Moll ist die Stammtonreihe das a. mit nur weißen Tasten. Es gibt neben dem natürlichen Moll noch weitere Molltonarten wie das harmonische Moll, das melodische Moll, das ungarische Moll. Beim Dur ist die Stammtonreihe das c mit nur weißen Tasten. Wenn man die Halbtonschritte der Stammtonreihen abzählt, kann man sich ganz einfach mit dieser Schablone jede andere Tonart herleiten. Zwischen Moll und Dur gibt es eine Verbindung, die Paralleltonart heißt und deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie exakt dieselben Töne in ihrer Tonart haben. Sie beginnen aber mit einem anderen Grundton. Die jeweilige Paralleltonart bekommt man, indem man drei Halbtöne hoch oder runter abzählt. Insgesamt gilt wie immer, je öfter du das wiederholst und auch praktisch ohne Hilfen übst, desto schneller wird es dir von der Hand gehen und desto schneller wirst du das auch einfach auswendig können. Und wer jetzt immer noch nicht genug hat, hier noch ein paar interessante Fun Facts. Die dorische Tonleiter, D, entstand im antiken Griechenland, hieß dort zunächst jedoch phrygisch. Sie galt dort als diejenige Skala, die die Moral des Volkes und die Kampfeskraft der Krieger stärkte. Im frühen Mittelalter kam es durch ein Missverständnis zur Verwechslung mit dem phrygischen Modus. Das Dorische wurde später in der christlichen Kirchenmusik des Mittelalters, aber auch im Minnesang und in Volksliedern verwendet. Es gibt auch das Zigeuner-Dur, das aber eher die arabische Tonleiter heißt. Sie startet auf der Grundlage der phrygischen Tonleiter, du erinnerst dich eh mit den weißen Tasten. Daraus wird dann mit der Erhöhung der dritten Stufe um einen Halbton die phrygisch-dominante Tonleiter, die sehr viel in der Glesmermusik gebraucht wird. Diese Herleitung heißt im Jiddischen mit der Andehnung an phrygisch, phrygisch. Und um dann das Zigeuner-Dur bzw. die arabische Tonleiter zu erhalten, wird noch zusätzlich die vierte Stufe um einen Halbton erhöht. Der erste Takt des Liedes Korobeniki, besser bekannt als Tetris-Thema, beginnt beispielsweise phrygisch-dominant, löst sich aber im nächsten Takt zum harmonischen Moll auf. Die phrygisch-dominante Tonleiter oder kurz phrygisch-dur, wird je nach Zweck oder Region auch die orientalische wie im hebräischen Ahava Rabo oder dem türkisch-arabischen Hitchas die jüdische phrygisch oder kombiniert die spanisch-phrygische Tonleiter genannt, wie sie oft im Flamenco genutzt wird. So, das war es dann auch schon wieder. Mein Name ist Odo Sendaidukai, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.